Hallo zusammen! Heute wollte ich mit euch wieder über die Zauberer-Saga sprechen von Michael Peinkofer und zwar über den Band 2, die erste Schlacht. Hat so ungefähr 450 Seiten und ist der zweite Teil der Die Zauberer-Trilogie von Michael Peinkofer, von der ich euch den ersten Teil ja schon vorgestellt habe. Hier im zweiten Teil wird die Geschichte des Großen Krieges weitergesponnen, die ja viele, viele Jahre vor den Org-Bänden spielt, auch von Michael Peinkofer. Auch hier im zweiten Band geht es um die Gemeinschaft der Zauberer, die vor allem aus Elfen bestehen, außer einem einzigen, einem Menschen, dem es erlaubt worden ist, auch Zauberer zu werden, Kranok. Und zusammen mit seinen beiden Gefährten Alana und Aldur werden sie auf eine gefährliche Reise geschickt. Sie sind im Moment immer noch nur Eingeweihte, nur Eingeweihte, das heißt also, sie haben schon die Grundausbildung zum Zauberer hinter sich gebracht, sind jetzt also Eingeweihte, aber sind noch keine Meister geworden. Das heißt also, hier in dem Band spürt man noch, dass Kranok, Aldur und Alana noch nicht in alles eingeweiht werden, was die wichtigen Meister so zu besprechen haben, dass sie auch noch nicht dieselben Rechte haben. Und es ist ganz interessant zu beobachten, wie sich diese Charaktere entwickeln, das heißt also, am Anfang, im ersten Band, waren sie ja noch Lehrlinge, jetzt sind sie schon Eingeweihte, das heißt also, sie haben sehr viel mehr zu sagen, treffen wichtigere Entscheidungen und werden auch für voller genommen, das heißt also, ihnen werden auch wichtige Aufgaben übertragen. In dem Buch wird größtenteils die Expedition beschrieben, die Alana, Aldur und Kranok in den Süden machen, um herauszufinden, ob die Gerüchte wahr sind, ob Magog wirklich überlebt hat, noch lebt und was sein Diener Rurak denn macht. Gleichzeitig gibt es einen Aufstand der Menschen und auch einen Aufstand der Orks gegen die Herrschaft der Elfen und der Elfenkönig, ein sehr junger König, muss sich beweisen und muss in diesen schwierigen Zeiten das Zepter in die Hand nehmen. Hier im zweiten Band geht es, habe ich das Gefühl, dass es vor allem darum geht, erwachsen zu werden, das heißt also, man muss die Verantwortung des Lebens packen und sich seinen Aufgaben stellen. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Michael Peinkofer das so ein bisschen als Grundthema des zweiten Bandes gesehen hat, vielleicht sogar als Grundthema der ganzen Reihe. Ja, und am Ende des Bandes, wenn die Expedition von Aldur, Kranok und Alana mehr oder weniger erfolgreich über die Bühne gelaufen gegangen ist, kommt es dann zur ersten Schlacht, so heißt ja auch der Band, und die Heere der Elfen müssen sich gegen die Menschen und die Orks stellen und hinter allem steckt Magok, der Dunkelelf, der das Ganze in die Wege leitet und ganz schön viele fiese Tricks vorbereitet hat. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Diese Schlacht ist wahnsinnig unvorhersehbar, sage ich jetzt mal. Sie wandelt sich auf jeder zweiten Seite. Es ist wirklich super beschrieben, gerade die Schlacht am Ende, die auch ziemlich, ja, also ist okay, nicht zu viel Raum einnimmt, aber doch auch einen größeren Teil des Buches einnimmt. Es ist wirklich super beschrieben aus verschiedenen Perspektiven und sie ist wirklich, wie gesagt, sehr unvorhersehbar und sie wandelt sich ständig. Und auch am Ende von Band 2 ist eigentlich nicht klar, ob Magok jetzt wirklich besiegt ist oder was denn nun mit dem Dunkelelf geschieht oder geschehen ist, genauso wie es auch bei Band 1 ist. Wir können also gespannt sein auf Band 3, also ich bin gespannt auf Band 3, wie es denn dort weitergeht und auch wie sich die drei Gefährten vor allem, Granok, Aldur und Alana, weiterhin schlagen werden. Sie bekommen immer mehr Aufgaben und immer mehr Vertrauen auch von ihren Zaubererkollegen und ob sie sich diesem Vertrauen würdig erweisen, das bin ich schon gespannt im dritten Buch, das auch wieder ein bisschen dicker ist. Das zweite Buch ist an sich das Dünnste von den drei Büchern. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Charakteren. Aldur, Alana und Granok bekommen jetzt hier in Band 2 eine größere Schärfe, das heißt also ihre Charaktere werden mehr herausgearbeitet und es stellt sich auch so ein bisschen heraus, dass nicht alles Freude und Eifel Sonnenschein ist zwischen den dreien. Es kristallisieren sich so ein paar Konflikte heraus. Aldur hat sich nämlich in Alana verliebt und Alana scheinbar auch in Aldur. Granok aber ist auch in Alana verliebt, weiß aber auch nicht am Anfang zumindest, dass sie mit Aldur verbündet ist oder dass die sich schon mehr oder weniger den treuen Schwur geleistet haben. Also solche Sachen, solche Konflikte baut jetzt Michael Pankhofer hier vermehrt ein in diesem Band. Was auch ganz interessant ist, vor allem wird Aldur mehr und mehr als schlecht dargestellt. Ja, nicht unbedingt als schlecht, aber seine dunkle Seite wird dargestellt und ich glaube auch in Band 3 erwartet uns dann noch einiges, dass Aldur vielleicht den Einflüsterungen des Dunkelelfen dann endgültig liegen könnte und sich dann von den anderen Zaubern abwendet und Granok vielleicht doch mit Alana zusammenkommt. Solche Sachen deuten sich jetzt hier im zweiten Band an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das im dritten Band dann sein wird. Abschließend noch ein paar Worte zur Sprache. Der Roman ist sehr schön geschrieben, also man kann ihn gut lesen. Hier und da sind auch wieder Elfenworte eingebaut, die aber meistens dann auch gleich erklärt werden oder schon sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Flasfin für den Elfenzauberstab. Was ich von den Überschriften in der elfischen Sprache halte, das habe ich ja schon in meinem Blog geschrieben. Wer sich dafür interessiert, kann da mal nachschauen. An sich eine tolle Geschichte, dass Michael Pankhofer die komplette Elfensprache mehr oder weniger konstruiert hat, aber man darf da natürlich nicht übers Ziel hinausschießen. Wie gesagt, bei mir im Blogbeitrag gibt es dazu mehr. Was mir aufgefallen ist, dass gerade in der Mitte des Buches offensichtlich beim Lektorat so ein bisschen geschlampt worden ist. Da sind einige Passagen, wo Wortwiederholungen drin vorkommen und auch Formulierungen nicht so ganz sauber sind. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen können. An sich aber ist die Sprache wirklich schön und auch sehr, sehr lesenswertes Buch. Ja, das war es auch schon zu Band 2. Wenn ich Band 3 gelesen habe, werde ich auch dazu ein Video machen und euch davon berichten. Ich wünsche euch immer genug Musse zum Lesen. Euer Dominik Schmeller Euer Dominik Schmeller